Wenn du die Größe deiner Tabellen herausfinden möchtest, dann bist du wahrscheinlich so tief in deiner Datenbank vergraben wie ein Maulwurf in seinen Tunnel. Aber keine Sorge, du musst keine Stirnlampe oder Schaufel mitbringen, um das rauszubekommen. Du kannst das über SQL-Befehle oder auch ohne SQL-Abfragen ermitteln. Und das alles sehen wir uns nun gemeinsam praktisch an. Ich habe dazu das SQL Server Management Studio geöffnet und werde zunächst mir meine gewünschte Datenbank aussuchen, und zwar die AdventureWorks DW 2014. Darin habe ich nun etliche Tabellen und ich möchte nun bestimmen oder erhalten, welche die größten Tabellen sind. Dazu lege ich eine neue Abfrage an und habe dort die Möglichkeit mit folgender Abfrage, welche sich auch unter diesem Video befindet in der Beschreibung. Und zwar, ich habe diese eingefügt, ich strukturiere das noch etwas. Und zwar passiert diese Abfrage von einer Systemtabelle, Sys-Indexes. Wenn ich diese nun ausführe, erhalte ich nun als Ergebnis, sortiert alle Tabellen und die entsprechende Tabellengröße. Wir sehen hier, dass zum Beispiel diese erste Tabelle 30 MB groß ist, die zweite 17 MB und die dritte 13 MB. Was ist nun für diese Abfrage wichtig zu verstehen? Wichtig ist, dass in diesem Fall hier auf die Sys-Indexes sozusagen eine direkte Systemtabelle verwendet wird. Und diese beinhaltet alle oder sämtliche Tabellen von dieser Datenbank. Wenn du als nächstes wissen möchtest, die Top 10 oder die größten 10 Tabellen, dann kannst du das mit einer einfachen Erweiterung von dieser Abfrage mit Top 10 anpassen. Und du erhältst entsprechend dann die ersten 10 größten Tabellen sortiert nach der Größe. Des Weiteren kann es ja notwendig sein, dass du sagst, gut, mich interessiert eine bestimmte Tabelle, und zwar hier diese DIM-Customer. Und ich möchte neben der Tabellengröße auch die Anzahl der Datensätze wissen. Dann kannst du das folgendermaßen durchführen. Und zwar, indem du eine neue Abfrage erstellst und mit Count-Stern und im Anschluss entsprechend diese Tabelle auswählst. Ich muss auch noch hier das Schema angeben. Und erhalte nun bei Ausführung die Anzahl dieser Datensätze. Das bedeutet, diese Tabelle beinhaltet im Schnitt 18.000 Datensätze. Nun haben wir gesehen, wie du das alles über SQL lösen kannst. Es gibt aber auch im SQL Management Studio die Möglichkeit, das auch über die GUI bzw. ohne SQL zu erhalten. Sehen wir uns das nun an. Und zwar, der Einstieg befindet sich in der AdventureWorks Knoten-Datenbank, und zwar hier. Und darin kannst du einen Rechtsklick durchführen und erhalts nun ein weiteres Menü. In diesem Menü gibt es Reports oder auch im Deutschen Berichte. Und das sind sozusagen Standardberichte, die sozusagen der SQL-Server anbietet. Und ich kann diese entsprechend hier mit Disk-Usage-by-Table mir auflisten lassen oder auch Disk-Usage-by-Top-Tables. Des Weiteren gibt es auch noch viele andere Funktionen, aber in unserem Fall wollen wir mal die Disk-Usage-by-Table uns ansehen. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen sehr herzlich, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Ich habe des Weiteren auch alle Funktionen bzw. SQL-Abfragen in einer PDF-Datei unter diesem Video zusammengestellt. Das kannst du dir kostenlos herunterladen und zu einem beliebigen Zeitpunkt, falls du nachschlagen möchtest, dir ansehen. Nun zurück zu unserem Standardbericht. Nachdem wir diesen ausgeführt haben, dieser ist meistens sehr schnell durchgeführt, also mit kurzer Wartezeit. Und erhalten dann eine Liste aller Tabellen sowie fünf entsprechende Spalten. In der Spalte 1 sehen wir die Anzahl der Datensätze. Sozusagen auf einen Blick müssen nicht eine separate SQL-Abfrage ausführen. Auch hier sehen wir bei dem Customer, welchen wir uns vorhin angesehen haben, auch hier deckt sich das mit der Anzahl der Datensätze in ca. 18.000 Datensätze. Als nächstes Reserved ist ein technisches Feld. Für uns interessanter ist die dritte Spalte und zwar Data. Und zwar gibt diese an, wie groß die Tabelle sozusagen beansprucht oder wie viel Speicherplatz. Jetzt können wir kurz eine Überprüfung machen. Und zwar die DimCustomer hat ca. 7,824. Jetzt überprüfen wir das mit unserer Abfrage vorhin. Und wir sehen ca. 9 MB. Gut, in diesem Fall sind es 7, aber reserviert sind 9 MB. Wie ihr seht, könnt ihr damit auch die Tabellen entsprechend nach Größe sortieren oder erhalten ohne Abfrage. Leider lässt sich dieser Bericht nicht filtern. Man kann zwar diesen sortieren, z.B. nach dem größten oder am meisten reserviertesten Speicherplatz und zwar hier diese Tabelle. Somit erhältst du auch über diesen Weg die Top-Tabellen hinsichtlich der Größe. Eins ist noch zu sagen, natürlich können sich diese SQL-Befehle für jede Datenbank und Version unterscheiden. Aber diese Beispiele, welche wir nun gemeinsam durchbesprochen haben, sollten dir einen guten Ausgangspunkt bieten. Und natürlich gibt es immer technische Feinheiten, die du aber gut nachschlagen kannst über Google oder andere technische Dokumentationen. Wie du siehst, kannst du nun über diese bei Methode, einerseits über die SQL-Abfrage und andererseits über diese Standardberichte, welche auch an dieser Stelle noch gesagt sei, du kannst auch hier direkt auf die Tabelle, z.B. bleiben wir bei der dem Customer, einen Rechtsklick durchführen. Und dort ganz unten gibt es die Properties oder Einstellungen. Und in diesem Menü gibt es wiederum die Storage. Dieser Unterpunkt listet auch entsprechend den Datenspeicherplatz hier, die 7 MB, und auch die Anzahl der Datensätze, welche von dieser Tabelle sozusagen beinhaltet. Solltest du Fragen dazu haben, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!